Nelly, Elsa und Christoph retten ein Einhorn. Ich freue mich schon so auf Sizilien. Ich freue mich schon so auf Sizilien. Wann sind wir nicht da? In 10 Minuten. Elsa! Du freust dich wohl nicht? Doch, natürlich freue ich mich. Aber irgendwas... Es nervt dich. Ja, dein lautes Rumgeschrei. Irgendwann müssen wir doch... da sein. In 5 Minuten. Huh, nur noch 5 Minuten. Aber es soll trotzdem nur eine Minute sein. Irgendwann muss es aber sein. Noch eine Minute. Ich sehe es! Sizilien! Ich sehe Sizilien! Oh, danke für den Steak. Bitteschön. Tschüss. Einhorn. Gefangen auf Malta. Schnell, zu Malta. Zu Malta. Gut. Da, da ist Malta. Schnell. Da ist es ja schon. Zum Dank schenke ich für dich, Elsa, einen lebendigen Schneeband und für dich, Nelly, ein... ein Rohr. Woran? Was da draus kommt und für dich, Christoph, eine Steuerung. Tschüss! Tschüss, Sizilien! Schnell zurück. Ein Pfiff an, Nette! Hey, Herr Storm! Hey, Herr, schneller! Komm, mein Guter! So, Storm, du bleibst jetzt hier noch stehen bis heute Nachmittag, mein Schatz. Tschüss! Tschüss! Hallo, wir sind Familie Küche. Komm doch her, du süßer Hund! Oh, Schatz, hier sind ja zwei Hunde. Dürfen wir mal in die Gasse gehen? Ja, gerne. Ich nehme die vier Welpen da, die Mutter und den Schäfer und so. Da drin ist ja noch ein schwarzer Hund. Den nehme ich auch. Warte auf mich! Juhu, wir fahren in den Urlaub. Das ist aber windig. Kuh, endlich da! Gute Nacht! Guten Morgen! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020